Anfang des Jahres trage ich hier eine schöne Brille, weil mit dem Alter die Sehkraft schlechter wird, aber heute geht es um eine andere Brille und zwar um diese Laufbrille hier und zwar jetzt werde ich hier zu Chiago und zwar geht es um eine Brille von der Marke Rudy Project und zwar ist es die Astral Brille und das Modell heißt Crystal ASH und die Lens nennt sich Multilaser Green und ich setze sie jetzt mal wieder ab, aber tatsächlich, was ich schon direkt sagen kann, obwohl ich hier in meinem Raum bin, der jetzt nicht super hell ist, also es ist jetzt ja hier nicht Sonnenschein Freibad, sondern ich sitze hier in einem ganz normalen Raum, ich kann alles richtig gut noch sehen, ich sehe mich noch hier perfekt im Display, es ist einfach alles ein bisschen dunkler, aber man sieht immer noch sehr gut, aber wir gehen jetzt im Detail auf diese Brille und auf andere Brillen ein. So, vorab muss ich noch sagen, diese Brille wurde mir von Rudy Project bzw. von der dazugehörigen PR-Agentur zur Verfügung gestellt, die darf ich auch behalten, aber denkt bitte immer daran, ich muss das Ding am Ende auch versteuern. Es ist für mich nicht umsonst, ich muss das als Einnahme am Ende verbuchen, das heißt, ich kriege es dann natürlich am Ende, sagen wir mal, für einen halben Preis ungefähr, aber ich muss das immer noch bezahlen und wenn ich sowieso nicht Interesse an sowas hätte, würde ich das auch gar nicht annehmen, weil dann muss ich das als Einnahme verbuchen und muss das versteuern, obwohl ich das gar nicht haben will und tatsächlich hatte ich schon länger so eine Brille auf meiner Wunschliste und hatte mich dann gefreut, als ich dann in Kontakt mit denen getreten bin oder die mit mir getreten sind und ich dachte, hey, mega, dann kann ich auch mal ein Video zum Thema Laufbrillen machen und ich habe heute auch mehrere Laufbrillen dabei, denn eine Brille habe ich mir letztes Jahr geholt, jetzt nehme ich meine Brille nochmal hier ab und zwar habe ich mir hier von der Marke Uvex, die kennt glaube ich auch jeder, so eine Brille geholt, die sieht auch schon ein bisschen schmutzig aus, die einfach nur weiß ist, also da habe ich keinen Filter, keinen UV-Filter, da ist nichts drin, die habe ich mir geholt, weil ich erstens irgendwie immer windempfindlicher mit meinen Augen werde, also die Augen tränen einfach seit über einem Jahr immer beim Laufen oder oft beim Laufen und diese ganzen Mücken und Fliegen, also ich weiß nicht, gerade hier so in der Maschsee-Region und wenn ich dann in der Naturrichtiglaufen gehe, habe ich ganz oft diese Fliegenschwärme und irgendwie, die bleiben immer, habe ich die im Auge, ich weiß nicht, ob das bei euch allen so ist, aber diese Scheißfliegen habe ich immer im Auge und dann kriege ich die nicht raus und dann brennt das Auge und dann hatte ich mir diese Brille hier mal geholt und die hatte ich mir nämlich geholt, weil ich nämlich meine andere Brille nach dem Umzug nicht mehr wiedergefunden habe. Ich habe mal vor vielen Jahren, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, von der Marke Alpina haben mir meine Kumpels zum Geburtstag diese Brille geschenkt. Damals habe ich die vor allem zum Fahrradfahren benutzt und ich habe jetzt auch mal gegoogelt, ich muss gestehen, ich habe diese Marke noch nie vorher irgendwie mal richtig gegoogelt und habe das jetzt im Zuge der Recherche gemacht. Also das ist auch eine gute Marke, wenn ich das so von den Preisen vergleiche, sind die ungefähr in derselben Preisrange. Also diese hier von Rudy Project, die Astral, die kostet Originalpreis 140 Euro, ich habe sie im Internet auch von 100 bis 120 gesehen, aber meistens tatsächlich so 140 und diese Brille habe ich jetzt natürlich nicht mehr gefunden, weil sie zehn Jahre alt ist, aber die Marke Alpina kostet so auch so um die 150 Euro im Schnitt und auch die ziehe ich jetzt mal auf und ihr seht, die ist orange, jetzt in diesem Fall, ich kann hier aber auch die Gläser wechseln und hier sind auch noch weitere Gläser, also wir haben hier noch ein dunkles Glas, was jetzt aber irgendwie tatsächlich ein bisschen heller aussieht, glaube ich, auf dem Bild und wir haben hier auch noch ein durchsichtiges Glas, was dann der Uwex am Ende entspricht. Und weil ich die nicht mehr wiedergefunden habe, habe ich mir einfach für ganze 10 Euro oder 15 Euro, bei Amazon gibt es die, habe ich mir damals die bestellt, bis ich dann irgendwann die im Keller einfach wiedergefunden habe. Ich muss jetzt gestehen, ich finde die von Alpina jetzt nicht sonderlich schön, die ist halt funktional und jetzt auch nicht hässlich, aber die macht ihren Job und ich habe mich am Ende aber dazu entschieden, die orangenen Gläser in der Regel zu tragen, weil mir irgendwie diese dunklen ein bisschen zu dunkel waren und ich das sehr cool fand, dass durch dieses Orange der Kontrast auch ein bisschen stärker wird. Also klar, man sieht halt nur noch in Orange, da muss man sich halt dran gewöhnen, aber ich hatte das Gefühl, dass vieles beim Laufen kontrastreicher war und ich dann so auch manchmal Hindernisse und so besser sehen konnte. Jetzt muss man auch sagen, meine Sehkraft ist jetzt nicht super schlecht, die ist irgendwie minus 0,5, also ich sehe noch alles, aber gerade wenn es in die Entfernung geht, werden einfach so ein paar Schriften und so verschwommen, aber ich muss jetzt nicht die Brille tragen, um durch den Alltag zu kommen. Und wir fangen mal bei der günstigsten an, was sind die Vor- und Nachteile? Erstmal, das Vorteil kostet nur 10, 15 Euro und wenn die mal irgendwie kaputt geht, dann kaufe ich mir die halt neu, aber die Qualität wirkt jetzt hier auch erstmal prinzipiell nicht schlecht. Und die hat auch ihren Job getan, aber du hast hier gar keine Möglichkeiten, irgendwie diesen Bügel einzustellen, es gibt hier auch keinen Gummibügel oder so. Und ich fand, also beim Tragen, dass die Brille immer ein bisschen locker war und gerade wenn man jetzt Fahrrad fährt, dann bewegt man ja auch seinen Kopf nur nach links und rechts, aber beim Laufen geht es ja im Endeffekt immer so ein bisschen so und da fand ich den Sitz einfach nicht optimal. Was man aber sagen muss, ist, dass die Brille gerade oben sehr gut abdichtet und unten auch halbwegs gut abdichtet. Also erfüllt ihren Job, Preis-Leistung top, aber ich finde sie halt auch nicht schön. Also ich habe mich auch immer ein bisschen geschämt, wenn ich mit der Brille losgelaufen bin, weil das so ein bisschen aussieht, als ob ich gleich zur Schweißer arbeiten muss. So kommen wir zu der Alpina, die natürlich schon deutlich besser ist. Also erstmal, was mir mega gut gefällt, ist, dass ich hier einfach das rausnehmen kann. Muss ich einmal kurz gucken, habe ich schon ein paar Tage nicht mehr gemacht. Wie war das nochmal? Genau. So, dann habe ich hier einfach das Glas draußen, ist jetzt weg und dann kann ich das einfach wieder, ich komme nochmal ein bisschen näher, kann ich das hier so reinklicken. Das ist immer ein bisschen Fummelarbeit. Ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass es kaputt geht, muss ich gestehen. Ne, andersrum. Das zuerst. So, jetzt ist sie wieder drin, aber jetzt ist sie auch schmutzig und jetzt müsste ich erstmal hier mein Brillenputztuch nehmen und die Brille erstmal wieder sauber machen. So, und was mir auch sehr gut gefällt, jetzt setze ich die mal auf, ich komme nochmal ein bisschen näher, also oben sitzt sie auch wieder sehr eng an und ich finde auch, dass sie unten sehr eng ansitzt, was ich sehr gut finde, weil ich ja so empfindlich gegenüber dem Wind des Windes bin und die sitzt einfach hier sehr gut an. Also die hat einen sehr, sehr guten Sitz und den Bügel, den kann man jetzt meiner Meinung nach nicht verstellen. Ne, kann man nicht, aber, na, warum sieht man das jetzt nicht so gut? Das ist wirklich sehr dünn, das Teil hier. Ich mache das, ja, wir zeigen das über einen anderen Blickwinkel jetzt mal hier direkt ein. Die ist aus Gummi und dadurch ist das auf der Brille, auf der Nase einfach sehr bequem und die sitzt auch einfach sehr gut. So, das zu der Brille. Also Vorteil, ich kann die Brillengläser wechseln. Zweiter Vorteil, sie ist unten sehr eng und der Nasenbügel ist bequem. Für mich, für mich ist er bequem. Ich habe wahrscheinlich irgendwie gefühlt eine Standardnase. Warum ich das glaube, dazu kommen wir gleich. Nachteil für mich hier, ich finde sie optisch einfach nicht cool. Die ist halt normal, aber halt nicht cool. Aber was cool ist, entscheidet ja auch jeder am Ende für sich selber. So, und jetzt kommen wir hier zur She-Agu-Brille, zur Woody Project Astral. Und ich finde einfach erstmal der erste Vorteil, ich persönlich finde sie einfach sehr, sehr cool. Also diese Brillen sind ja jetzt seit zwei Jahren wieder im Trend. Und ich bin eigentlich nicht so der 80s, 90s Retro-Mensch. Irgendwie Schlaghosen und alles, was irgendwie die Jungs tragen, die irgendwie 15 bis 23 sind. Irgendwie verstehe ich den Trend nicht so richtig, aber den Trend hier feiere ich. Und gerade, dass mir hier Woody Project auch diese coole Brille mit diesem Regenbogen zur Verfügung gestellt hat, gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Es gibt die auch in Schlichter, auch dann mit Schwarz und so. Und ja, das ist halt einfach für mich der erste Punkt. Ich finde sie einfach, ich fühle mich einfach cooler, wenn ich mit der rumlaufe. So, oben sitzt sie, also sie hat oben hier keinen, also sie ist rahmenlos erstmal. Dadurch ist sie oben auch nicht ganz so eng, aber oben ist es eigentlich gut. Tatsächlich finde ich, dass sie unten, also wenn ich das jetzt so fühle, fühlt sie sich gar nicht großartig anders an als die anderen. Aber hier kommt ein bisschen mehr Luft durch. Eigentlich ist das Glas ja viel, viel größer, also viel weiter und ja, man fühlt sich an, als ob man quasi so eine riesengroße Taucherbrille auf hat, aber es ist tatsächlich gar nicht so, weil unten sehe ich auch immer noch ein bisschen die echte Farbe. Also das habe ich, wenn ich die hier aufsetze, lass mich das nochmal vergleichen, dann ist das, also da muss ich schon sehr nach unten gucken, um da wieder das normale Licht zu sehen. Und bei der Astral ist es bei mir so, dass ich dann doch relativ deutlich den Boden noch sehe. Was manchmal auch beim Laufen ein Vorteil sein kann, wenn man dann doch nochmal die echte Farbe sieht. Aber das ist mir hier dann doch aufgefallen, dass, obwohl die so riesig wirkt, unten ich beim Auge quasi durchgucken kann, auch wenn ich jetzt so gerade ausgucke. Und es kommt doch ein bisschen Wind hier drunter. Was hier besonders cool ist, ist, dass man die Nasenbügel, auch die blenden wir gleich nochmal über einen anderen Blickwinkel ein, die sind individuell verstellbar. Also da kann ich die ganz breit machen, ganz dünn machen und ich habe alle verschiedenen Winkel ausprobiert und irgendwie hat mir der Originalzustand, beziehungsweise eine nur minimale Veränderung, hat mir am besten gefallen, sodass ich das Gefühl hatte, ich habe eine Standardnase, weil ich einfach das nicht hätte verstellen müssen, um den perfekten Winkel hier zu bekommen. Ansonsten wurde die Brille mir mit so einem Beutel hier geliefert. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das dann im Original kauft. Also ich hatte quasi einfach diesen Pappding hier mit dem Beutel. Ich kann mir vorstellen, wenn man das dann im Original kauft, dass dann auch ein bisschen was anderes dabei ist, aber das weiß ich nicht, denn bei der von Alpina ist so ein richtiges Schutzcase mit dabei gewesen. Aber in der Regel reicht mir das, ich packe das eh immer nur in die Tasche, beziehungsweise das kommt immer in den Schrank wieder rein und fertig nach dem Laufen. Ich würde tatsächlich auch diese Brille tatsächlich auch mal irgendwie im Urlaub aufsetzen, weil ich die tatsächlich sehr, sehr cool finde. Also vom Tragekomfort finde ich die sehr gut. Sie ist sehr bequem, sie lässt sich sehr gut tragen, genauso wie die von Alpina. Also sie sind beide sehr, sehr bequem. Und jetzt der allergrößte Vorteil, was ich ganz am Anfang schon mal angedeutet habe. Die Brille, da kann mir keiner durchschauen. Also keiner kann mir in die Augen sehen. Und das ist tatsächlich bei der hier jetzt wahrscheinlich durch die Kamera ein bisschen anders. Doch auch da seht ihr, glaube ich, auch ein bisschen meine Augen. So und hier ist es nicht so. Also hier kann mir jetzt keiner, keiner kann sehen, wo ich hingucke. Wodurch ich ja auch diesen gewissen UV-Schutz habe. Also diese Brille hat den UV-Schutz. Es gibt ja so verschiedene Kategorien und die hat die Kategorie 3 von 4. Also es hat schon einen sehr guten Schutz. Aber gleichzeitig kann ich sehr gut sehen. Also ich sehe alles. Es ist nicht so dunkel, wie man denkt, dass die Brille dunkel macht, weil sie hier diesen Schutz hat von außen. Aber ich sehe relativ hell. Und das hat mir am meisten gefallen bei dieser Rudy Project Brille, weil mir einfach genau im Gegenzug dazu das dunkle Glas von der Alpina zu dunkel war. Jetzt muss man natürlich auch sagen, es sind jetzt 10 Jahre Unterschied, Technik ist weiter. Wahrscheinlich hat Alpina mittlerweile auch bessere Gläser. Aber das ist mir einfach sehr stark aufgefallen. Und das hat mir dann sehr gut gefallen, wo ich dachte, cool, das ist einfach ein Riesenvorteil gegenüber den anderen Brillen. Und womit Rudy Project auch noch sehr wirbt, ist tatsächlich, dass sie sagen, dass sie sehr stark auf Nachhaltigkeit eingehen, dass sie versuchen, recycelte Materialien zu benutzen, beziehungsweise Materialien, die man sehr gut recyceln kann. Also sie werben sehr stark mit Nachhaltigkeit. Ob das am Ende wirklich alles so ist, weiß man nicht. Aber sie stellen das sehr stark in den Fokus. Und das wirkt jetzt auch nicht irgendwie gekünstelt. Und wenn man generell mal schaut, also diese Astral ist somit eine der Einsteigerprodukte für 140 Euro bei Rudy Project. Und es gibt mehrere Modelle. Jetzt hatte ich leider das Problem, dass aus irgendeinem Grund die deutsche Webseite heute nicht aufrufbar war. Ich nur noch die englische und italienische Seite aufrufen konnte. Also der Rudy Project kommt aus Italien. Und irgendwie manche Produktseiten plötzlich weg waren. Vielleicht haben die jetzt vielleicht irgendwas über die Pfingsttage gemacht. Ich weiß es nicht. Sodass ich ein paar Sachen nicht mehr richtig nachgucken konnte und nicht dann auf externe Seiten zugreifen musste. Aber das ist mit das Einsteigermodell. Und ich kann hier tatsächlich auch in Klammern nur den Nasenbügel verändern. Also ich meine bei der Uwex und bei der Alpina geht das generell nicht. Und hier kann ich das zumindest machen, was ich schon sehr cool finde. Es gibt aber auch noch Modelle, wo ich den Bügel noch anpassen kann. Also wo ich den länger oder kürzer machen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der unbedingt... Ja, also der könnte vielleicht sogar kürzer sein, weil die Brille hinten quasi rüber geht. Aber ich bräuchte es jetzt für mich persönlich nicht. Hab vielleicht auch einen Standardschädel. Von daher passt das für mich. Es gibt auch noch verschiedene Technologien. Also es gibt zum Beispiel eine Technologie, das ist die Impact X. Lasst mich das kontrollieren. Das ist die... Ja, Impact X Gläser sind das. Lasst mich das einmal vorlesen. Ich habe das nämlich extra rausgesucht. Die Gläser verbessern den Kontrast, verbessern selbst bei dunklen Bedingungen die Sehschärfe und Tiefenwahrnehmung und bieten einen unvergleichlichen Augenschutz. Das habe ich schon öfter mal im Internet gesehen, dass es Brillen gibt, gerade für Fahrradfahrer. Also man muss jetzt auch sagen, wo die Project ist, eher ist der Fokus auf Fahrradfahren. Ich bin damit auch ein, zweimal Fahrrad gefahren und natürlich noch angenehmer der Sitz, weil man sich nicht bewegt. Aber die Brille hält sowieso perfekt. Von daher sowohl zum Laufen als auch zum Fahrradfahren geeignet. Aber sie ist prinzipiell erstmal auf Fahrradfahrer ausgelegt. Aber Fahrradfahrer haben sehr oft das Problem, dass sie, wenn sie ihre Brille aufhaben, gewisse Kontraste verloren gehen. Weil ich dann jetzt plötzlich nicht mehr hier alles in der Originalfarbe sehe, sondern plötzlich alles ein bisschen dunkler sehe. Also können wir mal hier ausprobieren, ob das hier so ein bisschen funktioniert. Also es wird halt alles ein bisschen dunkler. Und dann sieht man zum Beispiel auf der Fahrbahn vielleicht die Fahrstreifen nicht mehr so gut oder die Seitenbegrenzung nicht mehr so gut. Und es gibt bestimmte Technologien für Gläser, die dafür sorgen, dass der Kontrast stärker ist. Das ist vor allem dann cool im Ausland, wenn die Mittelstreifen etc. in Gelb sind. Dann wird das Gelb nochmal kräftiger und kontrastreicher. Und für sowas sind zum Beispiel diese Impact X Gläser sehr gut geeignet. Das hat jetzt aber leider diese Astral nicht. Und es gibt auch manche Brillen von Woody, die automatisch die Lichtdurchlässigkeit des Glases anpassen, basierend darauf, wie stark die Sonne leuchtet. Ich habe das Gefühl, dass diese Astral irgendwie auch so eine Funktion hat, dass wenn es draußen heller ist oder hier dunkler, dass man das irgendwie spürt. Aber offiziell stand da nichts auf der Website. Aber bei anderen Modellen stand das dabei, dass sich die Lichtdurchlässigkeit anpasst, was natürlich auch eine spannende Funktion ist. Also die kann man wirklich bei Tag und, also nicht bei Tag und Nacht, aber sowohl an hellen als auch an dunklen Tagen aufsetzen. Es gibt von Woody Project auch Brillen, die diese Wechselfunktion haben, wie die von Alpina, wo man die Gläser einfach wechseln kann. Und noch eine coole Sache, die ich tatsächlich vergessen habe. Und zwar kann man hier, auch in die Astral, nicht nur bei den teureren, also 140 Euro ist ja schon ein teurer Preis, kann man Gläser einsetzen. Also das heißt irgendwie RTX-Technologie nennen die das. Aber man kann sich quasi auf der Woody Project-Seite so Klickgläser bestellen, die man dann hier einsetzen kann von innen und dann klickt man die hier ein. Und also hier drin sehe ich auch schon so ein Teil, wo man das reinklicken kann. Und dann kann ich auch mit Sehstärke laufen oder fahren. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es beim Laufen noch halbwegs okay ist, wenn man jetzt nicht ganz so viel sieht. Aber gerade beim Fahrradfahren im Straßenverkehr, wenn man 30, 40 kmh oder mehr fährt, braucht man natürlich einen guten Blick. Und da zwei Brillen übereinander zu tragen, ist ja unangenehm. Und hier kann ich das einfach dazukaufen. Dann ist man natürlich beim Preis nochmal viel, viel höher, weil man dann auch das dazukaufen muss. Und man muss auch ein paar Informationen mit angeben, dass man hier das richtige Glas bekommt. Aber allein die Tatsache, dass das geht, finde ich schon sehr, sehr cool. Und ich hoffe, dass meine Augen nicht schlechter werden. Aber wenn sie schlechter werden sollten, dann würde ich mir auch das dazukaufen und würde in Zukunft auch darauf achten, dass das funktioniert. Kann jetzt natürlich sein, dass die von Alpina sowas auch anbieten bei bestimmten Modellen, aber das kann ich auch empfehlen, darauf zu achten. Kommen wir nochmal zum Fazit, wo wir nochmal neutral meine normale Brille aufsetzen. Fazit für mich, worauf sollte man beim Brillenkauf achten? Also das Erste ist für mich, dass man schaut, ob man irgendwie windempfindlich ist und dann auch einfach darauf achtet, wie gut diese Brille unten abdichtet, dass der Wind dann nicht da hochkommt und man dann wieder Augentränen hat. Das Zweite ist, wenn man Brillenträger ist und eine gewisse Stärke hat, dass die Möglichkeit besteht, dass man ein Brillenglas quasi einsetzen kann, so wie man es hier einfach einklicken kann. und dann kann man auch mit seiner Lauf- oder Fahrradbrille einfach mit seiner normalen Sehstärke gucken. Das halte ich für wichtig. Dann muss man gucken, dass der Nasenbügel bequem ist, ob man jetzt unbedingt hier so eine Anpassung braucht. Das muss man halt, vielleicht ist man ein Mensch, der einfach schon von vornherein weiß, bei Brillen passt mir einfach nie der Nasenbügel. Da muss man gucken, ob das anpassbar sein soll oder nicht. Für mich war das nicht ganz so wichtig, aber bei beiden Brillen habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es schön ist, wenn das aus Gummi ist, damit der Nasenbügel einfach bequem ist und es rutscht dann auch nicht so. Also bei dieser von Uwex rutscht das einfach stark. Das ist das Dritte. Bei manchen kann man hier noch den Bügel anpassen. Da würde ich sagen, es ist ähnlich wie bei der Nase sogar noch ein bisschen weniger wichtig, wenn man einfach merkt, dass man da Probleme hat, dann sollte man darauf achten. Und ein weiterer Punkt ist, wie lichtdurchlässig die Brille ist. Das ist für mich einer der größten Vorteile, denn deshalb trage ich bei der Alpina einfach das Orange, weil das dunkle Glas mir zu dunkel war. Und das hier kann ich auch in den Dämmerungsstunden tragen, einfach um mich vor Mücken und Wind zu schützen. Genau, das sind für mich so die Punkte, auf die man einfach achten sollte. Und natürlich sollte man auch vielleicht darauf achten, ob einem die Optik gefällt, ob man jetzt lieber wie Skiaggo rumlaufen möchte, ob man lieber wie ein Schweißer rumlaufen möchte oder ob man hier so eine klassische Sportbrille einfach trägt. Ich hoffe, dass ich euch dabei helfen konnte, die richtige Wahl zu treffen, beziehungsweise euch dabei zu helfen, erstmal vielleicht auch mal die Astralbrille ein bisschen besser vorzustellen, auch die von Uwex nochmal vorzustellen. Die von Alpina wird euch jetzt wahrscheinlich nicht so viel bringen, weil die zehn Jahre alt ist. Aber ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte und euch auch helfen konnte, die Kriterien besser abzustecken, worauf man achten sollte, wenn man sich eine Brille zum Laufen oder zum Fahrradfahren kauft.